ja ideen vorschläge du machst schon ich dachte weil wir hier diese übergänge haben wollen können wir unten mit raun verbinden ja dann haben wir außen was ja das sieht dann stimmte aus oder ein paar lichter an das ist schön aussieht mehr so gute idee so vorne haben auch so und dann mit t verbinden der nämlich mal an hier so und dann den äußerst ländern können wir die ziel verbinden ja genau so außer ein feld müssten wir ein bisschen anders machen weil da hätte ich den kompost da reingesetzt dass der dann nachher nur pilze ziehen kann ach so du willst es so dass die länder verbunden sind der kompost an der pilze auch neu ist nein dass da dass ich ein sortierer davor schalte der nur das durchlässt und auf der anderen seite nur ein ausgang also dann müssten wir vermutlich die ecke hier benutzen es könnte auch ein längliches sein wir könnten auch ein länglichen nehmen es wurscht weil dann verbinden wir es noch mal rüber hier auf die seite so gut dann müssen wir erstmal ja wie du es möchtest den noch weg und ja gut lass uns erst mal die anderen sachen platzieren und dann tüfteln wir da einfach um das kriegen wir schon irgendwie hin ja ja verstehe ich wo haben wir es denn also hier so jeden fehlen noch die c dinge wenn ich jetzt 8 apfel 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 ja schwierig ne weizen brauchen wir mehr weil da kann man auch mehr anbauen soja kräuter soja kräuter soja gut dann ist eh nur noch kräuter ne äh ja 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 können sein küche kompost er pilzfarmen apfel die kann man aber hier hinten eigentlich auf die ecken machen ist eigentlich auch keine schlechte idee okay dann hierhin und hier mache ich mal vorsorglich so ein hin und zwar hier auch noch und dann könnte ich eigentlich statt dem so ein machen links wieder ich habe mal den inventar manager ausgemacht er macht nicht das was ich möchte ja wie so oft der weiß vielleicht was uns wird weil er nur munition produzieren möchte aber ja ja das könnte natürlich sein ok und hier machen wir wieder ein der nur raus geht so und dann kommt da der komposter drauf und dann haben wir den automatisch dass der nur ok sehr schön muss nur noch fertig werden aber den schalte ich auch mal aus weil der verwurstelt nämlich instant gleich mal alles und dann müssen wir uns noch überlegen wie man hier die decke schick machen ach so so hier ist nämlich die treppe dann ziehen wir das einfach bis dahinten durch geht automatisch mehr was und das muss fertig werden dann kann ich das einstehen schauen wir mal das mal zu so boah da wird man blind wenn man da reinguckt ja 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 stimmt ja macht 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 sind also träger ne 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 Ich lasse ja nicht herrschen, aber ich glaube, der geht mir so schnell, dass ich mich gar nicht einsehe. Beruhigend, sehr beruhigend. Auf jeden Fall werde ich hier mal einen Cargo-Container entstellen, müssen wir da mal einen Zugriff haben, den werden wir hier unten eh brauchen. Ja. Ich kann schon hinten gar nicht greifen, weil die Verbindung noch gar nicht fehlt. Ach so, ja. Stimmt. Kacke. Gut. Das ergibt natürlich Sinn. Ja, ja. Voll und ganz. Aber naja. Da draußen, da draußen, es ist schön, also hier drin produktiv zu sein und draußen passiert es von alleine. Ist das nicht herrlich? Ja. Sehr. Ich freue mich auf das Schiff. Unglaublich. Ich freue mich auf jedes Schiff, wenn ich ehrlich bin. So. Herstellung. Schnell neun Stücke klaut, bevor es weg ist. Huch, da müssen wir noch dran feilen. So. Andere Seite. Licht. dann werden wir da oben wieder treppen ran ödeln das mal also da brauche ich interne es bleibt spannend dann mache ich das einfach so fertig schnell interne gut hi sorry interne ich saß dir die ich bin gespannt wie sich das auf holen jetzt dann weiterentwickelt ja ich auch und allgemein im universum weiterentwickelt in der galaxien ja es bleibt offen weil wenn natürlich da weiter so angriffe folgen nicht dass hier eine einer nach mann von uns ausgelöscht wird ja vor allem die sgs will scheinbar ja auch nicht wirklich mitziehen man sich noch vorteile rausschlagen na ja sie werden sehen was sie davon haben wahrscheinlich da geht nur organisch durch und hier geht bitte nur pc's durch und es geht dann mach ich mal draußen noch die korrela ist mhm ok sehr gut jetzt haben wir hier natürlich immer nur so ein lichtproblem auch ganz morgen viel licht ja ich merks so das dürfte da reichen und hier machen wir das genauso ein dahin ein dahin fertig ach so keine herstellung mehr schlecht ja lass ich schon nebenbei laufen ja gut der kran da drüben der verschlingt halt wahrscheinlich auch schon einiges ja konnte ich mir die jetzt grabben wir sind da immer noch nicht verbunden ja sieben stück das muss rein sehr schön den kompost hattest du den jetzt separiert mit dem der ist jetzt fertig ja also oder was meinst du den komposter ja ist weil ich also ich kann es ja nicht mehr erkennen mit den verbindungen welche du jetzt da dran hast ja ne passt den habe ich schon eingestellt der ich bin schon ready hier drüben habe ich das natürlich nicht aber das ist eigentlich egal ich muss ok da gedreht nein wegen einer die rohre woanders wir machen sollen ja das muss ich nur beenden das ist schöner aussieht gleichmäßiger jetzt habe ich selber ein bisschen blödsinn gemacht naja ja und no energy und oh gott haben wir hier unten noch kein auflade ding nein also nicht ganz unten sondern im mittel mittel trakt ok das müssen wir ändern ja weil na gut jetzt hochlaufen das geht eh aber ja die werden wir mal strategisch klug verteilen dann ja ja so huch huch jedes mal wieder da muss auch noch irgendwas hin sind nicht immer in so eine leere sackgasse rennen wenn man sagt oh das ist schön aber ich bin falsch huch herstellung ah ich glaube jetzt so langsam geht es auf halte hier wir sind zumindest mal zwei drei da das ist schon ein gutes zeichen also da brauche ich interne auch noch oh man so da alles ähnlich funktioniert kann ich ja die schiffe wieder anschließen vielleicht sind da noch Sachen drin naja mehr ja so so haben wir da Stahl ja weil hier fehlen uns jetzt zum beispiel die ganzen Stahlplatten weil die noch drüben bei dir irgendwo drin liegen ja oder ob du fragst da weiß ich nicht aber jetzt müssen wir wieder zu und 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 so ok der ganze tumult wegen einer laterne hier äh laterne-eckbeleuchtung so haben wir denn ja genau die hier wollte ich ja zumindest so das ziehen wir einfach mal durch so hier in den enken brauchen wir es ähnlich was soll herstellung natürlich ist glaube ich gerade ein bisschen viel viel von allem mehr kurzer dank aber herstellung ist natürlich schon wieder tot und er zieht auch immer noch nichts also kann da was noch dann ok ja huch 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 ok was für Sachen sachimachi du 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 einfach wacker so funktioniert es jetzt das ist die frage ne es gibt es nicht mehr doch sie produzieren jetzt ok sehr schön das heißt du könntest nochmal versuchen easy anzumachen also du hast ja 12.000 vielleicht habe ich ein bisschen verklickt aber die brauchen wir auch da drüben steht doch jetzt ok meinst du easy funktioniert jetzt auch oder was ja es könnte könnte sein das ist natürlich hier draußen der projektor aus aber dann haben wir mal zeit uns das anzugucken schön aber auch irgendwie funktionen immer noch nicht alle ne weil auch nicht in allem was drin ist oder doch aufträge schon ich habe in allen aufträgen reingehnt ok bei dem einen hat er es jetzt gemacht so dann mach mal weiter aua und doch jetzt ewig um die sachen zu ziehen ja vielleicht weil easy ihm da noch dazwischen funkt weiß ich nicht auf jeden fall zieht also jetzt so aber aber easy ist gerade das er das problem dass sie äh äh permanent die waffen munition reinschmeißen will ne nur er hat da auch keine anderen komponenten das stimmt warte mal das war easy oder ne ja das aus einfaches warte mal ich will da einfach mal gucken arbeiten das gibt nicht suchen ok schauen wir mal jetzt hat er nämlich gesagt loaded 100 weiß ich nicht wie viele komponenten naja aber so munition und montage an der wf will wieder waffen produzieren hat alles rausgeschmissen was ich eingegeben habe und macht wieder waffen rein ok genauso alle anderen er will nur noch munition und äh hier stark platten produzieren ja steht ja auch nichts anderes in der produktionsliste wie unten drin das ist ne ne die kannst du auch mit der hand eingeben das war akzeptiert dann nicht ja eben du musst die selber raus machen und das macht dann nicht ja ich mach ihn aus weg hast schon jetzt kann ich wieder alle waffen rausnehmen haha ne warte mal montage kooperation und dann machen wir hier haupt raus aus der montageanlage 1 und die anderen sind im koop modus ok das heißt ja 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 jetzt sammel mal und produzier mal das sieht ja da wieder nichts oder was das sieht fast so aus pack jetzt mal was rein weil ganz ehrlich das ist ja zum schreiben die anderen stehen alle auf zerlegen ok montage 1 zieht jetzt ja die anderen stehen alle auf zerlegen aber das ist vielleicht nicht so gut die müssten wir halt umstellen ne ich hab nicht dabei ok jetzt haben wir hier schon zumindest schon mal eine verbindung der müsste leer sein der auch ok geilo so der will die waffen demontieren die da eingehen wo wir da die stahlplatten dem so und dann aber jetzt zum koop zu funktionieren geht's geht's scheint noch ein paar mehr in auftrag und paar andere sachen zum produzieren die wir brauchen ja gerne gerne zum beispiel anscheinend interne ja aber ich fand mir geht ich zieh mal vor naja auf einmal geht's weiter ok so das ist schon mal sehr gut wundervoll also jetzt sitze ich die Krägerin mal jetzt das ist nicht merkwürdig das interessiert mich geht da was geht da nichts haben wir überhaupt noch sowas ist die nächste frage ja haben wir ok nicht auf zerlegen sondern auf montieren naja also äh wir haben Unmengen von verschiedenster Munition jetzt ne äh wundervoll äh ich wollte mal wissen ja das stellen wir dann mal bei Gelegenheit ein Sachie hatte das auch immer dass da dass da irgendwie nicht funktioniert hat und er nur die Hälfte das hatten wir bei der Schmoni auch es kann natürlich sein dass einfach zu viele Grids hier angedockt sind und äh ja aber das hatte ich äh auf meiner Station habe ich das auch und da ist gar nichts angedockt gewesen ok ja das werden wir nachträglich noch machen das ist jetzt nicht ja nicht so tragisch ja 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 schön aber ich würde sagen jetzt nach der Schlacht haben wir uns eigentlich mal verdient uns mal aufs Ohr zu hauen ne geht schon rum oh oh da schläft einer schon ist das nicht schön hallo nach der ganzen Schlacht und dann ja einfach umgekippt instant überarbeitet ja verstehe ich verstehe ich eh ich will nochmal oh das Schiff es wird ein Traum es wird ein Traum so aber äh hat er jetzt an den Seiten mal was geschweißt oder eher nicht so äh wo im Schiff oder ne hier bei der Base irgendwie ein bisschen was hat er gemacht ja ein bisschen nicht ich muss das nicht verstehen wahrscheinlich ich kann sein dass ihm da Teile fehlen oder ja andere Sachen wenn er es mal angefangen hat ja ok dann mal rüber gehen hier ja dann ab in der Koje und fertig hat hier eigentlich irgendjemand schon schon was geclaimt ja hier hat noch keiner irgendwas geschrieben oder nein bisher vielleicht so dann hm ähm den mach ich weg das mach ich weg das mach ich in die Mitte das mach ich hin aber das ist kein grün für mich ne das geht schon eher weil das ein bisschen giftig ist so so what a cowboy so 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 ja das geht sgt kombusen junge du hast es geschrieben ja alles klar dann gute nacht gute nacht sgt sgt